Kann ich noch keinen Rucksack verwenden? Na ja, wie geil. Durch den Roboter habe ich jetzt eh nicht mehr so viel zu tun. Und ich komme ja ruhig zu gehen. Doch, ich habe gerade hier den Rucksack gekauft aus dem Regal. Den Basic Rucksack habe ich gerade gekauft. Da ablegen. Boah, ist ja nicht so wild. Also ich habe dafür Geld ausgegeben. Ich kann da ja nochmal hingehen. Eigentlich müsste der ja auch aus dem Regal rausgehen. Er ist doch im Regal drin. Ich glaube nicht, dass du mehrmals so einen Rucksack kaufen kannst. Kann sein. Okay, warte mal. Es kann sein, dass ich ihn gekauft habe, aber noch nicht aufgesetzt habe. Das wird es wahrscheinlich sein. Ja, das ist es. Aber wie? So. So, jetzt. Jetzt kann ich zwei... Ah, okay. Jetzt. Zwei Sachen kann ich reinpacken jetzt. Naja, super. Hätte ich vorher gewusst, dass es nur zwei Sachen sind. Dann hätte ich den nicht gekauft. Ich bin aber auch der Meinung, du kannst da alles reinpacken im Rucksack. Also das ist so eigentlich ein bisschen komisch gemacht, aber okay, das passt schon. So, Aufträge annehmen. My coffee. Haupt-PC. So, jetzt brauchen wir nur noch einen neuen Tisch. Hatte mir... Er hat mir das Geld nicht gegeben. Zu lange gedauert, wa? Oh, gut. Neuer Spielkasten. Und dann, äh, die Erweiterung. Toiletten gibt's dann. Ich gucke nochmal was anderes. Nicht da. Mal hier müssen rumkicken. Ja, gut, das ist ja Quatsch. Hm, hm, hm. Was war das? Das war das? Was war das? Was war das? Okay. Okay. Slot-Machines. Gut, sehr gefälschte Bewertung. Wir modifizieren die Anwendung für automatische Reaktionsoptionen. Informieren Sie sich, wenn... Informieren Sie sich, wann die reguläre Prozellkaterie stattfindet. Okay, das ist egal. Noch aktuell. Sie können ein wunderbares Hüttencafé bauen, indem Sie den Laden gegenüber Ihrem Kaffee kaufen. Sie können den Shop, den Sie gekauft haben, im Computer ausverweiten. Also ich kann quasi gegenüber auch noch was kaufen. Dann. Autoannahme PC. Das ist schon nicht verkehrt. Also es gibt schon einige Sachen, die wir machen können noch, ne? Das war, glaube ich, beim letzten Update dabei mit, äh... Barbershop, oder? Aber das würde ich jetzt noch nicht machen mit den Dings. Das, äh... Passt so noch. Ähm... Der... Jaja, dort such mich. Oh, ist schon wieder nachts, ey. Die Zeit geht voll schnell rum. Ich wollte mit einer Geldstrafe belegt, weil ich die Polizei nicht beachtet habe. Ich lasse den Laden einfach offen. Wie sieht es denn damit eigentlich aus? PC kann ja nicht mehr brennen. Du, du. Du, du, der VR-Brille. So... Ich will die den Fernseh kaufen. Eigentlich muss ich gar nicht pennen gehen. Ich habe noch so viel. Kurz was snacken und weiter geht's. Mal kurz bei den Mitarbeiter gucken. Ja, aber früher, wo ich das zum ersten Mal Ach, hey, food Das erste, wo ich das gesehen habe, da war noch nicht so viel gewesen Tatsächlich Das Kottchen, Cleaner, Bouncer Okay, es gibt jetzt nicht mehr so viele Ich stelle mal hier ein Dings ein Was, Kottchen? Was ist denn bei Steam? Kann ich Spiele kaufen? Ich kaufe mal Bitte mal Den Und den Hab ja auch erst zwei PCs, da will ich jetzt noch nicht so viel drauf knallen Ich hab nur einen PC Wo ist das Maskottchen? Ja! Yippie! Yippie! Junge, der hat aber auch gar keinen Bock, ne? Ah, jetzt Ich bin eine Biene Ich bestäube die Gut Ach, die tanzt jetzt auch mit? Achso, ne, erschreckt sich nur Okay Also im Rucksack kriegst du alles rein Auch ein Tisch Äh, 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 äh Okay, Bewertungen Immer drei, vier Schon gar nicht 2,2 Es wird, es wird, es wird Irgendwann So, ein neues Pult noch kaufen hier Dann haben wir das auch alles erledigt Ah, schade, dass man das nicht umsetzen kann, ne? Die Internetanfrage automatisch hätte was Ja, können wir auch gleich mal ein paar Kunden mal kommen lassen Wo war das nochmal am PC? Wo war dieses automatische? Der Laden Bum, bum Was haben wir denn hier eigentlich noch drin? Spiegel Händetrockner Flüssigseife Toilette Kühlschranktoast Mikrowelle Blaue Spiegel Im Web war das Hier? Käserückruf Rewe Das ist der Kopf hinter dem Hammers Oh, oh Gott Raus 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 Stopp Halt Halt Irgendwie macht die nichts mehr, ne? Ich hab die schon lange nicht mehr laufen sehen Die ist mal eine Zeit gelaufen, dann nicht mehr Ich glaube, die essen aber auch nur, wenn sie da sitzen Und es ist ja nicht immer einer, ne? Da war was wegen Software Oh Schau doch mal durch, Flo Wo, wo, wo denn? War das bei Ghost? Bei Ghost war das glaube ich nicht, ne? Ah, automatisch Wie man die 40 Kaufen Shiny, Junge Gucken, ob das auch klappt hier Shiny, meine Liebe Dankeschön für deinen Raid mit 14 Wunderschönen Menschen Vielen, vielen Dank Zwei Minuten Zwei Minuten hau ich gleich drauf Hau mir gleich ein Käffchen Und dann, äh, ne? Kein Käffchen, ein Energy, meine ich Und dann hau ich drauf Hallo Speedy, grüß dich Chris, dankeschön für das SO Was gab's denn schönes bei der Shiny heute? DbD? Okay, das ist ja ein PC Das klappt wohl nicht so gut DbD Ach, echt? Wie war's? Wie waren die Runden? Erzähle Ähm Wie modifizieren die Die Café Soft Anwendung Für sie und fügen eine automatische Genehmigungsoption hinzu Muss ich vielleicht aktivieren, ne? Einmal einschalten Da oben Zack Computer Das passt noch Guck mal, er rattert schön Äh Immer diese Twitch-Befehle Befehl Bestand recht automatisch annehmen, Flo Musst du einschalten Ah, okay Mach ich gleich Für den Come-Shot heißt das Äh Shiny Come-Shot Das ist ein Come-Shot Sooo Aber So, erzähl dir, wie waren deine Runden gewesen in dbd? Ja, Trump war hier noch nicht wirklich oft drin im Laden, ne? Fällt mir so auf. So oft war der hier noch nicht, der Trump. Trumpy, Trumpy, Trumpy. So, wir haben Scheißhaus. Ja, geil, aber Fußboden weiß ich nicht. Wo geht hier Fußboden? Kann man den überhaupt machen? Fußboden irgendwie gar nicht möglich. Am zweiten PC kaufe ich, wenn ich oben auf habe. Wenn oben offen ist. Grün. Ich gucke in der grünen, Sophie, wenn ich gleich rübergehe, kurz. Es steht, staunieren. Und ne mehr Nisch. NED, Haupt-PC, Färbung, Produkte, Färbung. Steht da einfach so. Da, Wände, Bodendecke. Ja, ist okay. Ist auch geil, dass er die Lautsprecher erweitert dann, ne? Dass er nicht immer extra für den Raum kaufen muss. Das ist eigentlich ganz nett. Geht bis zum Beispiel noch, wenn ich, ich, die nächste Nacht gehe ich aber mal wieder pennen, ne? Da steht doch Boden. Ja, ja, Boden und Decke. Habe ich jetzt Decke erstmal gemacht. Haben wir noch was im Rucksack? Jo. Ne, da muss ich auch ein bisschen mein Geld zusammenhalten hier erstmal. Immer, äh, ruhig. Eher noch was Schönes für uns. Ne, ne? Also einen größeren Rucksack würde ich jetzt auch noch nicht holen. Ich glaube, das macht Sinn, wenn man, äh, Mining macht, ne? Weil man die ganze Zeit in diese Mining-Dinger hin und her schleppen muss. Aber dann macht das nur mehr Sinn. Boah, lauf ruhig weg, ist mir voll. Gibt's auch für Münze, ist gut. So. Aktualisierung, Produkte, Färbung, Hauptpc, hatten wir alles gemacht. Färbung auch. Äh, ja. Gucken wir nochmal so ein, so ein Gerät hier. Dann machen wir den Fußboden und dann gucken wir. Dann gucken wir, dass wir hier für die Toilette noch ein bisschen ausbauen. Also ein Seifenspender, dies, das, Spiegel. Also das ist echt doof mit dem Geld annehmen. Also da jemanden hinsetzen wir auch schön. Aber ich würde es auch schön finden, wenn du das hier wegschieben könntest, so. Weiß ich nicht, ein bisschen weiter nach hinten oder so. Wie sieht das eigentlich aus mit Punkt? Ich gehe da nicht. Es gibt mehr Trinkgeld, das nehmen wir doch gerne. Kunden werden mit einem angenehmen Gespräch begrüßt und kommen zum zusätzlichen Zeitbitten. Sehr schön. Dieser Hund liegt ja auch ewig auf dem Boden. Feierabend jetzt da. Also der Hund sieht auch ganz verrückt aus, ne? Achso, Scheidey, sorry. Heute war die Runde nicht so prall. Wie lange dauert denn eigentlich bei DBD so eine Runde? Also ich denke, das ist unterschiedlich, ne? Aber so in der Regel... Hier, komm, nimm. Geben wir ihm mal eine Honi. Ah, du Ferkel. Zornbub. Er ist erstmal auf Zornbub drauf. Achso. Wollte es ja geöffnet lassen. Was ist das hier eigentlich? Ich denke immer, das ist was, was ich aufheben kann. Ich denke immer, das ist egal. So, verleibe ich mir noch einen schönen Hotdog rein und hole ich mir erstmal Energy und hau noch die 2 Minuten von Spanien drauf, ob ich auch immer auf diesen Knopf rumdrücke. So, ihr Lieben bei YouTube, ich bin gleich wieder da oder in der nächsten Folge, man weiß es nicht.